Das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod Mit diesen Worten möchte ich euch recht herzlich hier bei Bennys Movie Collection begrüßen und natürlich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frisch aus dem Kino Ich habe mir hier Dietary das Vermächtnis angesehen Doch hier passt dieser Spruch nicht ganz, denn der Film beginnt mit einer Beerdigung und endet sozusagen mit einer Geburt Worum geht es in dem Film? Wir haben Familie Graham, diese besteht aus Mutter Annie, Vater Steve und den beiden Kindern Peter und Charlie Wobei man hier eventuell erwähnen könnte, dass es sich bei Charlie nicht um einen kleinen Jungen sondern um ein kleines Mädchen handelt Die Familie führt ein beschauliches Leben Sie haben ein großes Anwesen am Waldesrand Annie ist angesehene Künstlerin und Steve hat auch einen Job in höherer Position so dass man gleich merkt, der Familie geht es gar nicht so schlecht Aber der Film beginnt wie gesagt mit einer Beerdigung und Annys Mutter, sprich die Großmutter der Familie ist verstorben Annie hält eine Trauerrede und man merkt hier sofort, der Film hat eine beklemmende, bedrückende Atmosphäre und auch aus der Trauerrede kann man einige Dinge herausfiltern, die einem schon etwas skurril vorkommen und man sich fragt, was stimmt mit dieser Familie nicht? Ja, so beginnt der Film und der Film hält an seiner Strategie fest Wir haben den ganzen Film über diese beklemmende Atmosphäre und nach der Beerdigung der Großmutter tragen sich um die Familie herum einige seltsame Dinge zu aber dies geschieht sehr dezent und staffelweise so dass es der Regisseur tatsächlich schafft, den ganzen Film über von Anfang bis zum Ende hin einen Spannungsbogen zu halten und sogar zu steigern Und somit kam für mich auch in keinem Moment des Films Langeweile auf Ich hatte stets das Bedürfnis, das Geschehen auf der Leinwand zu verfolgen und hinter den Plot dieses Films zu kommen Ich muss aber auch gestehen, drei Viertel des Films haben sich für mich nicht wie ein Horrorfilm angefühlt Ich hatte eher das Gefühl, als würde ich hier ein Mystery-Drama sehen was aber keineswegs schlimm ist Wir haben hier ein paar sehr interessante Elemente und Themen, die in den Film einfließen wie zum Beispiel Leben nach dem Tod, Schizophrenie, Geisteskrankheit aber auch zum Ende hin andere Themen, die ich aus Spoilergründen jetzt aber nicht erwähnen möchte Und im letzten Viertel des Films, als es auf den Showdown zugeht da nimmt der Film nochmal einen Zahn zu beziehungsweise da legt der Film nochmal einen Zahn zu Wir haben hier richtig schöne Gänsehautmomente, mit denen der Film um die Ecke kommt und somit beweist, dass es sich hier doch um einen waschechten Horrorfilm handelt Wir haben schöne Schauträger-Szenen, aber auch ein, zwei gut platzierte Schreckmomente, die nicht überhand nehmen und so wird aus Here Die Terry im Finale noch ein ganz anderer Film, als ich ihn zum Anfang der Sichtung vermutet hätte Mehr möchte ich über den Film gar nicht verraten Für mich hat sich der Gang ins Kino auf jeden Fall gelohnt Wir haben mit Here Die Terry einen ganz speziellen eigenen Film über den ich schon viel Schlechtes gelesen habe, aber auch einiges Gutes Wir haben hier einen gelungenen Horrorstreifen Ob es der beste Horrorstreifen der letzten Zeit ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden Zu erwähnen sei hier auch noch der Sound Dieser ist wirklich sehr gut umgesetzt Der untermalt das Ganze nochmal extra und lässt einen sehr gut in das Geschehen eintauchen Wir haben hier einen Film, der einem irgendwie bekannt vorkommt aber einen dennoch vor den Kopf stößt, weil er vieles anders macht als seine Mainstream-Kollegen im Genre Wir haben hier nicht die typischen Jumpscares, die am laufenden Band um die Ecke kommen Wir haben hier gut platzierte Szenen, die das Ganze vorantreiben, aber nicht im Übermaß existieren Das Ganze klingt jetzt gut und das ist es auch Aber wie erwähnt, Here Die Terry ist ein ganz spezieller eigener Film, der nicht bei jedem Anklang finden dürfte Deshalb sollte sich über diesen Film jeder selbst ein Urteil bilden Es ist ein Film, der schwer zu empfehlen ist, weil man da doch schon den gewissen Geschmack abseits des Mainstreams braucht Und noch ein Problem könnte der Film haben Wenn man den Film das erste Mal gesehen hat, den Plot kennt und das Mystische entlarvt ist Dann könnte der Film bei der Zweitsichtung doch etwas an Reiz verlieren Aber dennoch bekommt hier der Terry von mir 4 von 5 Punkten Denn es ist ein neuartiger, innovativer Horrorstreifen, der mir sehr gut gefallen hat Ja, in diesem Atemzug möchte ich gleich noch erwähnen Weil im Moment im Internet gerade viele Hates umhergehen, was YouTuber und ihre Kritiken betrifft Ich bin kein professioneller Kritiker, das steht hier außer Frage Ich spiegle hier lediglich meine Erfahrung wieder Ja, ich mache hier einen Rückblick, eine sogenannte Review, wie ich den Film erlebt habe Und jeder soll sich über den Film sein eigenes Urteil bilden Und selbst entscheiden, ob es ein Film für ihn ist oder nicht Aber dennoch möchte ich meine Erfahrung hier über YouTube teilen Und vielleicht gebe ich mit meinem Rückblick auch den Anstoß für den einen oder anderen Ob der Film ihm zusagt oder nicht Ja, das war es dann auch schon für heute Das war mein kleiner Rückblick über Hier, der Terry, das Vermächtnis Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr den Film kennt Wenn ja, wie habt ihr den Film gefunden? Wenn nicht, geht ihr ihn noch im Kino schauen? Wartet ihr auf die Heimkino-Auswertung? Schreibt es mir unten in die Kommentare Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video Euer Benni, ciao